Wie wäre es, wenn es eine Brille gäbe, die jederzeit die Gradzahl verstellen könnte, so dass man, egal wie weit oder nah man schaut, alles so klar sieht wie immer? Heute möchte ich Ihnen ein solches Produkt empfehlen, die 1018 Multifunktionsbrille mit Zoom. Sie ist wie Ihr persönlicher Sehorganisator, ein intelligenter Fokus von 25 bis 500 Grad, den Sie nach Belieben einstellen können, um die klare Welt in Ihre Reichweite zu bringen. Egal, ob es sich um eine Landschaft in der Ferne oder um Details vor Ihnen handelt, Sie können sie ganz einfach einfangen. Dank seines geringen Gewichts können Sie es mitnehmen, um Ihre Sehhanforderungen bei allen Wetterbedingungen zu erfüllen. Fühlen Sie sich nicht länger durch eine Brille mit fester Stärke eingeschränkt, sondern beginnen Sie eine neue Reise des Sehens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017